Es gibt keine blöden Fragen. Schon, ich bin voll nervös. Ja, wir haben immer gesagt, wir müssen mal was machen. Mitarbeiter-Video Sarah, die Erste. Ich bin die Sarah und ich habe jetzt drei Jahre lang eine Lehre bei der ACP gemacht und arbeite jetzt im Service Desk. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Lehre bei der ACP zu machen. Einfach aus dem Grund, ich habe mich unfassbar wohl gefühlt. Am Anfang war ich eher ein wenig zurückgezogen und nicht so kommunikativ, eher ein bisschen schüchtern und so. Und dadurch, dass ich jetzt bei der ACP eine Lehre gemacht habe, finde ich, hat sich das einfach ums 360 Grad gedreht. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, eine Lehre bei der ACP zu machen. Ich habe lange nach dem Richtigen gesucht, habe dann auch noch ein Jahr dran gehängt in der Schule, weil ich einfach nichts gefunden habe. Ich bin in eine Technische Hauptschule schon gegangen und da habe ich ein bisschen schon mit EDV und sowas zu tun gehabt und habe mir zuerst gedacht, dass es eigentlich mehr oder weniger ein Hobby für mich ist. Habe aber dann eben bei ein paar Betrieben geschnuppert, unter anderem auch schon bei der ACP und bin dann eigentlich relativ schnell draufgekommen, was, das wird mein Beruf und das möchte ich machen. Ich glaube, die Spinne wäre absolut am nervigsten, weil, wie jeder weiß, haben wir ab und zwei Spinnen hinter dem Schrank oder sowas im Zimmer und ich glaube, wenn die reden könnten, wäre das unfassbar störend, wenn du die den ganzen Tag hörst.